Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Pempelfort. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 45 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 980 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Mehr Mehr Informationen auf www.pempelfort.de Mehr Informationen auf www.pempelfort.de